So, Shop-Updates, was haben wir denn drin? Da kommt ein Update, müsste ja einfach mal was reinkommen. Ach, der Bushranger in Paketstil. Es sind eine Tasche, blühende Sonnentasche, Herbst, Sommer, Winter, Traum, Bienenstock, Honighacke, Sirup-Schlitze, Klebige Schlitze, Ahorn-Macheten, Himmlische Schlitze, Blumentag. Ähm, wie ist der Saragopon? Da war auch etwas länger nicht mit drin. Das ist ein Arzt-Paket, würde ich sagen, weil der Pickaxe mit drin ist. Team Weltall. Das hätte man auch mit rein tun können. Jetzt haben wir noch. Dino-Wächte, Christel, Trisma-Variante, Ronto, Ronto-Beutel. Kräftiger Biss. Ach guck mal, jetzt ist FNCS Kapitel 5 Season 2 parkiert wieder drin von Serena. Hm. Wahrscheinlich wieder mein Packet. Und. Äh. 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 Da haben wir nichts. Da kommt noch ein Update wahrscheinlich einiges. Abgesehen ein neues FNCS Paket soll kommen. Ansonsten direkt nach einem Update verfügbar ist. анCar. HealthYых. Aber很好. Dinge sein. предложst du mit meinen FNCS? Dingvelmente兩 St. Im Plan. あり ph 이 Cold. skin.